Aus der Gute-Laune-Kiste gibt es mal wieder einen Dienstagskracher vom Olli. Ein Mann läuft aus seinem Haus raus und dann sieht er, wie sein türkischer Nachbar den Teppich auf den Teppichstangen ausklopft. Dann guckt er ihn an und sagt, was ist los, Mustafa, springt er nicht an? Was springt er nicht an?